Hallo, schön, dass du dabei bist. Heute zeige ich dir, wie du aus einem Teig vier verschiedene Plätzchensorten backen kannst. Selbstverständlich alles vegan und ein bisschen Vollkornmehl ist auch noch mit drin. Für den Grundteig braucht ihr die folgenden Zutaten, welche ihr zusammen in einer Schüssel mit dem Knethaken gut verknetet, bis eine homogene Masse entstanden ist. Diese teilt ihr dann durch vier. Starten wir mit dem Vanillekipferl. Dafür braucht ihr gemahlene Mandeln und Vanillepulver. Nehmt euch das erste Stück eures Grundteigs und macht ihn ein bisschen platt. Dann gebt ihr die gemahlene Mandeln und das Vanillepulver drauf und vermengt es, so dass alles recht gleichmäßig verteilt ist. Die genauen Mengenangaben für die einzelnen Rezepte findet ihr übrigens auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Wenn der Teig gut durchgeknetet ist, nehmt ihr ihn und formt ihn zu einer kleinen Rolle. Jetzt holt ihr euer Messer raus und schneidet von der Rolle einzelne Stücke ab. Diese rollt ihr zu euren kleinen Kipferl. So fahrt ihr fort, bis der Teig komplett aufgebraucht ist. Dann müsst ihr die Plätzchen nur noch in den Ofen schieben, bei 180 Grad für 10 bis ca. 15 Minuten. Wer mag, kann noch ein bisschen Puderzucker über die Vanillekipferl geben. Und schon ist eure erste Plätzchensorte fertig. Wo wir auch schon bei den Heidesandplätzchen in Schwarz-Weiß-Optik gelandet sind. Dafür braucht ihr lediglich einen Esslöffel Kakaopulver. Halbiert euch einen Teil des Grundteigs und gebt auf die eine Hälfte Kakaopulver, welches ihr in den Teig hineinknetet. Sobald alles gleichmäßig verteilt ist, nehmt ihr euch eure zwei Teigstücke in hell und in dunkel und gebt sie für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank bzw. 20 Minuten ins Gefrierfach. Nachdem alles gut gekühlt ist, rollt ihr euch eure einzelnen Teigstücke zu einer quadratischen Form, die ungefähr gleich groß sein sollten. Jetzt nehmt ihr euch euren dunklen Teig und legt diesen auf den hellen Teig oben drauf. Jetzt startet ihr mit dem Einrollen des Plätzchenteigs. Dafür fangt ihr an der breiten Seite mit dem Rollen an. Der Teig muss nochmal ca. 20 Minuten ins Gefrierfach, damit man ihn besser schneiden kann. Anschließend holt ihr ihn raus und schneidet ihn in ca. 1 cm große Stücke. Diese legt ihr auf euer Backpapier. Die Anfangs- und die Endteile könnt ihr am Ende nochmal gut miteinander verkneten und daraus kleine Kugeln formen. Denkt nur dran, die Plätze nicht zu eng aufs Backpapier zu legen, denn sie gehen noch ein bisschen auf. Und auch die Heidesandplätzchen werden bei 180 Grad für 10 bis 15 Minuten gebacken. Fertig! Unbedingt gleich probieren! Wo wir auch schon beim dritten Klassiker sind, den Spitzbuben. Für diese braucht ihr nur rote Marmelade oder rote Gelee plus Puderzucker. Nachdem das nächste Teigstück eures Grundteigs für ca. 1 Stunde im Kühlschrank war, rollt ihr es gleichmäßig aus und stecht die Plätzchen mit Ausstechformen aus. In jedes zweite Plätzchen kommt nochmal in die Mitte ein kleiner Kreis oder auch ein Herz. Je nachdem. Das ist dann der Deckel. Und auch hier kommen die Plätzchen dann wieder für 10 bis 15 Minuten und 180 Grad in den Ofen. Wenn die Plätzchen fertig gebacken sind, holt ihr euch eure Marmelade und verteilt diese ein bisschen auf den Plätzchen auf der Unterseite, sprich der geschlossenen Seite und gebt in die Mitte nochmal so einen kleinen Klecks drauf und verschließt es mit dem Deckel. Wenn alle Plätzchen fertig sind, nehmt ihr euch noch euren Puderzucker und verteilt ihn schön gleichmäßig auf den Spitzbuben. Und auch diese sind jetzt fertig, wo wir auch schon beim letzten Rezept angekommen sind, und zwar bei den Zimtschnecken. Dafür braucht ihr neben dem letzten Teil des Grundteigs 3 Esslöffel Aquafaba bzw. ein Eiweiß, 4 Esslöffel Zimtzuckergemisch und ca. 6 Esslöffel gemahlene Mandeln. Und auch hier sollte der Grundteig vor dem Ausrollen ca. 1 Stunde im Kühlschrank gelegen haben. Nachdem ihr den Teig in eine Rechteckform ausgerollt habt, nehmt ihr euch euer Aquafaba und verteilt dieses gleichmäßig auf dem Teig. Achtet nur darauf, dass an einer der langen Seiten ein ca. 3 bis 4 cm breites Stück frei bleibt, auf dem kein Aquafaba und der Rest der folgenden Zutaten drauf kommt. Als nächstes nehmt ihr euch euer Zimtzuckergemisch und verteilt es schön gleichmäßig auf dem Aquafaba, ebenso wie die Mandeln, die ihr auch gleichmäßig auf dem Teig verteilt. Je nach Geschmack könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr Mandeln bzw. Zimtzucker auf euren Teig geben. Ich muss aber sagen, dass mir die Plätzchen so am besten geschmeckt haben. Und auch hier wird der Teig wieder von der längeren Seite her aufgerollt und zwar auf der Seite, wo die Füllung bis zum Rand geht, damit ihr am Ende den leeren Abschluss habt, um eure Plätzchen gut zu verschließen. Jetzt kommt die Rolle nochmal für ca. 20 Minuten ins Gefällfach und wird dann in 1 bis 1,5 cm breite Stücke zu Plätzchen geschnitten. Das Anfangs- und das Endstück könnt ihr wieder miteinander verkneten und zu einem flachen Cookie ausrollen. Wie bei den anderen Rezepten vorhin auch, werden die Plätzchen dann für ca. 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad im Ofen gebacken. Jetzt noch ein bisschen Zimt drüber streuen, wenn ihr wollt und fertig sind eure vier Plätzchen mit einem Teig. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Video.